Hallo, ich bin Julia und ich lade dich zu einer kleinen Rückenentspannung in deinem Alltag für deine Sing- und Sprechstimme ein. Du stehst aufrecht und entspannt und atmest einmal tief ein und aus. Dann fängst du an, dich langsam vom Kopf abzurollen, gehst Wirbel für Wirbel runter, lässt den Kopf hängen, die Schultern hängen. Du atmest gleichmäßig weiter und du spürst, wie sich dein Rücken langsam entspannt und die Muskeln nachgeben. Du gehst so weit runter, wie es für dich gut ist in diesem Moment. Wenn du unten bist, kannst du dich ein bisschen nach rechts und links drehen. Dann kannst du versuchen, im Wechsel die Knie zu beugen und zu strecken. Und dann fängst du an, dich langsam wieder aufzurollen. Atme wieder gleichmäßig weiter und versuch Wirbel zu Wirbel aufzurollen. Die Schultern hängen noch, der Kopf hängt, bis du dich am Ende wieder ganz aufrichtest. Mach das gerne gleich noch einmal mit. Ich zeige das einmal von der Seite. Du fängst wieder an, den Kopf abzurollen und lässt da, wo du abrollst, immer gleich locker. Der Kiefer ist locker, die Schultern sind locker und du rollst Wirbel für Wirbel ab und atmest gleichmäßig weiter. Unten angekommen, kannst du dich wieder nach rechts und links einmal drehen. Dabei spürst du im unteren Rücken vielleicht einen kleinen Zug. Dann beugst und streckst du im Wechsel nochmal die Beine. Und dann fängst du langsam an, dich wieder aufzurollen. Schultern und Kopf hängen. Und du richtest dich Wirbel für Wirbel wieder auf. Dann stellst du dich noch einmal entspannt hin. Vielleicht hast du jetzt eine andere Wahrnehmung für deinen Rücken, für deinen ganzen Körper. Du kannst noch einmal tief ein- und ausatmen. Und baue diese Übung gerne in deinen Alltag ein, wenn du merkst, im Nacken kommen Verspannungen, im unteren Rücken sind Verspannungen. Dann kannst du einmal diesen Verspannungskreislauf durchbrechen. Schön, dass du dabei warst. Schau gerne in unsere anderen Videos rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Me